We can start. Okay, let's go. Jetzt auch mal in den Bremszonen schauen, dass man ein bisschen mehr Bremsen, ein bisschen aggressiver wird. Da an der Bremse mal achten drauf, dass man auch ein bisschen länger stehen lässt. Und dann ein bisschen aggressiver auf der Bremse wird, ganz einfach, aber eben sehr degressiv arbeitet. Das heißt, dann zum Schluss den Bremsdruck sauber reduzieren. Jetzt drüber hart anbremsen, weicher werden auf der Bremse und sauber einlenken die Bremse aber mit in die Kurve schleppen. Get it higher, higher and then get it more slippery. Okay, just some information for you. Ah, for you. Ein bisschen hier drüber über die, über den Einlenkpunkt ganz fein halten das Ganze. Das Ganze ist einfach fein da über die Einlenkpunkt heraus, etwas neben die Anlinie vorne. Ja, gut. Jetzt kommen wir jetzt auf der Bremse. Runen hier, nicht zu fast. Und von der Bremse ist weg und dann abzufangen. Gleich geht's über die Runde. Starten ab. Und dann starten ab. Auf jeden Fall jetzt anbremsen, roter Funderbremse zurückschalten, einlenken, ganz fein aus Gas, und mit Zug da durch. Das wir mit 200 Höhe laufen müssen ist okay, dann nachher noch hart anbremsen, weiche dann auf der Pension auch wieder sofort mit Zug da durch. Und hier mal jetzt weit außen fahren, weiter außen fahren, komplett offline, schaut euch da an, der ist voll. 92er Schild und Abstecher in die Fuchsäule. Umgas bleiben, weiter durch, hart anbremsen, weiche werden und weiter drüber. Hart anbremsen, weiter rein. Gerade Linie, gerade Linie, weiße Linie, weiße Linie, mittig halten, die erste kurze Abfall, und schnell umsetzen, sauber am Ausgang. Hier geht die 3, zum Beispiel, VNL, die Rücken oder Autometsker fehlt, die bremsen nicht mehr an. Die Bremse mit rein schlecken, ganz fein ans Gas, ganz fein ans Gas, ruhig schauen, und dann klüppern, Vorderachs-Niveau, einfach abgreifen, und hier auch kurz anbremsen, aber dann fein da durch. Wieder inklusive bremsen, hart anbremsen, sauber rein, ruhig am Gas, und die Misshit-Misskurse noch schön durchziehen. Und außen etwas versetzt. Ja, es kommt nicht mehr außen vorn, schaut euch das, Niveau an, spitzenmäßiger Grip. Das ist gleich jetzt die Bergwärtskurve, die Fahrt, der jetzt ist mein ganzer Auswünsch, hat euch da anbremsen. Auch da sensationelles Grip-Niveau, hier anbremsen, und jetzt rührt sich das 1.5. 1.5 über den 1.5 bis 1.5, irgendwann wird es da raus, und dann das Schwung raus. Ja, das ist jetzt mit mir verheirrt. Und dem Auge, nach wie hier hoch, Richtung Kettelchen, in das Mitten. Feiert die Commandment. 2 Punkte in der Muttkurve, bleibt das Auto stabiler, habe ich stabilere vor der Achse und dann nachziehen und am Gas bleiben. 2 nach vorne hier, klasse. So, auch hier nochmal, ich erinnere, steilstrecke ganz außen, mal ganz außen. Schaut mal den Griff an. Denkst nach am Lenkrad, schaut mal was da passiert. Der Hammer! Musik Anfahrt 08, Konsentation, bisschen übern, ein Lenkpunkt drüber. Ja, auch mal. Mal ganz außen, was passiert, ganz außen. Merkt? Ja. Da ist Grip. Da fährt man dann Linie. Ihr könnt ja auch mal weiter außen bleiben. Bleibt zwar weiter außen. Über die Kutterrichtung Eschbach zu. Genauso wie hier Eschbach auch. Bisschen weiter außen sich das anschauen. Dann selbst die Eingang gutchen. Bleibt mal außen. Lenkt ein, lenkt nach. Alles Grip. Mach. Ach. 169 Eins zersetzt hier Über 100,000 Immer um Gasbleiben, mal schauen, ob wir Vorderachse nachziehen. aber angasbleibend und die Vordachse schlechter machen, um zu sehen, was sie tut, wie sie reagiert, ob sie angasbleibend dann. Lauter Nummer lenkt oder netzt. Leicht versetzt hier, 186er Schild, Feuer aus dem Fahrer kommen. Und schön durchziehen. Ich hoffe, meine Herren.